Hallo und herzlich willkommen zurück zu Happy Game. Ach, und wir sind hier, ja, naja, es ist nicht unbedingt, äh, irgendwo, nirgendwo, wir sind hier, hm, hm, ich hab ein bisschen Schimmer. Der Hund strullert hier überall hin. Wir können... Okay, wir können stapeln. Wir können stapeln. Aber wo? Stufkin! So, achso, okay. Ein kleiner Hinweis von Timmy, wir müssen hier anscheinend noch ein bisschen täten. Äh, welche? Ich kann alle nehmen, na toll. Das schränkt es natürlich extrem ein. Das ist ein Traum. Wenn ich den jetzt da oben drauf packe, ja. Oder irgend... Wenn ich irgendeinen... Ich kann auch... Es dauert ein bisschen länger, aber ich kann auch zwei mit einem mal hier oben drauf bieten. Ah, interessant. Hallo. Warte. Mist. Machen wir mal so. Ich nehme mir mal den. Und vielleicht noch so einen kleinen. Nein! Warte mal, der sitzt aber auch nicht so richtig geil. Warte mal. Vielleicht hier schon in dieser Flache. Ja, mega gut ist er auch nicht. Na, ich stehe gerade ein bisschen mir selbst im Weg. So. Nein! Ah! Und wenn ich jetzt hier, ja, mehrere hier drauf packe? Oder hier einfach mal so einen fetten, großen? Oder muss ich hier nur Anzahl drauf packen? Nö. Okay, gut. Wir müssen wirklich... Mehrere... Wir müssen einfach nur mehrere drauf packen. Also können wir auch einfach... Genau. Können wir auch einfach hier schön die kleinen drauf packen, wenn sie denn nicht runterrollen wollen. Eh. Eh. Ah, sehr gut. Was ist denn hier los? Irgendwie ist gerade ein bisschen... Ah. Das funktioniert so nicht. Ach, was ist denn hier los? Das funktioniert gerade irgendwie überhaupt nicht. Hm. Vielleicht dann eben doch nochmal den hier ausprobieren. So rum. So. Die Äuglein gehen auf. Sehr schön, sehr schön. Haben wir nicht noch irgendwie einen schönen... Einen schönen. Nicht so einen ollen, ja. Sondern wir wollen einen schönen haben. Hallo. Hm. Okay. Das Schluf geht es gut. Ist alles gut. Ja, ist alles gut. Alter. Okay. Die Bäume auf was wir klein. Wo geht den Tag? Das Schluf geht es gut. Super. Und die beiden nicht auch. Ah. Gut. 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 Schnuffchen! Schnuffchen! Was? Was zum... Was zum Teufel? Ist er jetzt in der Spiegelwelt gefangen? Oder was? Ähm... Okay. Und wie kriegen wir Schnuffchen jetzt da raus? Ähm... Was zum... Was zum Teufel? Hier kommt man rüber. Sind wir... Was? 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 Sind wir hier im Wasser? Was zum... Okay. Okay, 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 okay. Okay, wir warten mal, bis einer rauskommt. Und dann schnappen wir uns den, ja? Und dann benutzen wir den hier einfach... Ich kroppe ihn jetzt hier einfach gegen den Baum und dann benutzen wir den einfach hier als Anhalter, ja? Das ist, als würden wir an der Autobahn stehen und den Daumen raushalten. Hallo, guten Tag, ja? Fahren Sie auch noch? Fahren Sie auch nach Süden? Alter! Hallo! Hallo! Na, ne Schöne? Hast du meinen Hund gesehen? Ich... Ich wollte dir hier... Hier, bitteschön. Lass dir Mund in! Kann ich nicht einfach... Nee, möchte er nicht. Warum möchte er nicht? Na, habe ich extra hier Mund gepflückt für ihn, ja? Was? Irgendwie stelle ich mich gerade so doof an. Ich kriege, äh... Ich kriege das nicht in sein Speiseloch da rein. Ähm... So kann ich nicht mal... Ich kann einfach nur ranziehen. Mehr geht nicht. Nach oben geht nicht. Nach unten. So geht nicht. Vielleicht ist es auch so, wie er isst. Quasi, er knutscht sein Essen einfach nur. Nach oben geht nicht. Nach unten geht auch nicht. Es geht einfach nur ran. Warte mal. Ich versuche mal noch langsamer. Hm... In der Hoffnung, irgendwas passiert quasi. Hä? Nee, keine Ahnung. Will ich... Wollen wir? Wollen wir? Will ich wissen, was dahinter ist? Oh... Okay, gut. Damit hatte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. So. Na komm, mein Feiner. Dann lass es dir mal schmecken. Es wird Liebe gemacht. Jetzt sei nicht so gierig, ja? Hier. Bitte, bitte. Jeder kriegt die gleiche Portion. Alter. Was zum Teufel? Komm hier. Jetzt isst deine Hand. Was zum Teufel? Was ist denn hier los? Okay. Was ist denn so? Kinder mit leblosen Augen. Es ist... Oh, so ein schreckliches Schicksal. Ach, und weg damit. So einfach fallen gelassen. Wie sie von ihren Eltern wahrscheinlich fallen gelassen worden sind. Und dann sind sie hier geendet. So, mach's gut. Komm, ich lass dich mal runter. Tschüss. Alter. Der sieht doch halbwegs glücklich und fröhlich aus. Keine Ahnung. Hallo. Na? Willst du mit meinem Lego spielen? Ich hab ein Raumschiff gebaut. Ja. Damit fliegen wir irgendwann zum Merkur. Hui. So. Kann ich mir noch ein Tentakel schnappen? Ich kann mir kein... Ach, doch. Ja, doch. Geht noch. Ahem. Okay. Jeder Tentakel. Na? Das ist ein bisschen schwierig. Ach. Weiter vorne. So. Mehr Jungs, was kann es sein? Und ist es nicht... Der Pyjama. Der kommt mir wirklich sehr, sehr bekannt vor. Ich weiß langsam gar nicht mehr, was ich denken soll. So, lass dir deine Hand schmecken. Hat anscheinend gemundet. Zum Traum. Sehr schön. Wir haben ihm zwar die Kindersälen geklaut, die er jetzt in den letzten Jahren irgendwie verzerrt... Aber das Handmoos hat ihm anscheinend gut gemundet. So, und wir haben Win-Win-Situationen, weißt du? Wir haben das gruselige Monster haben wir gefüttert und jetzt haben wir uns selbst hier noch eine Brücke über den See gebaut. Toll. Aus unseren eigenen Leichnamen vielleicht. Ich bin mir aber unsicher. Wir haben ja jetzt hier keine Haare. Die Brücke hat Haare. Ist ein bisschen merkwürdig. Kann ich hier irgendwie rüber? Kann ich mir... Kann ich mir einen schnappen und als Ruder benutzen? Ich... Ah, okay. Gut. So geht das. Hey, nicht meine Brücke mopsen. Hier. Ich brauche... Ich muss sie... Oh, ist das finster. Oh, ist das finster. Was zum... Da ist eine Flamme. Wir sehen auch langsam unser Spiegelbild. Was ist die? Die ist richtig rum. Aber wo kommt der Schein her? Was ist das? Immer tiefer in den dunklen Wald. Hier ist so eine Art... Da ist so ein alt Altar. Und wieder ein glückliches Gesicht. Ach, herrlich. Ich freue mich so. Was zum Teufel? Jetzt haben wir... Was? Was? Okay. Okay. Aber sie sind immer noch quasi wie Spiegelbilder. Was zum Teufel? Kann ich das mit mir auch machen? Nee. Wenn ich das mit den anderen mache... Kann ich mich bewegen? Nee. Ich kann nur da stehen. Was zum Teufel ist das? Ich hoffe... Hallo? Okay. Hier ist mein Kopf. Okay. Ich kriege ihn aber nicht mehr raus. Das bringt aber so nichts. Hier... Okay. Also muss ich mit dem Geist quasi arbeiten? Ich kriege sie aber nicht raus. Okay. Nee. Die kann man nicht auslöschen. Huh. Doch. Okay. Gut. Das so rum funktioniert. Dann entstehen aber direkt wieder neue. Ah. Und die beiden wollen nicht zusammen. Ah. Okay. Aber so rum funktioniert es nicht. Hm. 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 Nee. Das funktioniert so rum nicht. Oh. Sehr verfreund. Wirklich sehr verwund. Ähm. So können wir... Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber... So. Hier scheint... Okay. Hm. So. Mehr kann ich hier eigentlich auch gar nicht machen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Das funktioniert auch nicht. Anders mit dem machen. Nur wenn ich sie woanders anfasse. Wenn ich sie woanders anfasse. Wenn ich sie woanders anfasse. Dann... Kommt sie sich gleich zusammen. Okay. Also kann ich nur den Geist anfassen. Da passiert aber nicht allzu viel. Da passiert quasi gar nichts. Das funktioniert so auch nicht. Das funktioniert so auch nicht. Das funktioniert so auch nicht. Hm. Hm. Okay. Okay. So. Komm ran hier. Hm. Und er wird immer dicker und runder und immer gebeugter. Interessant. Nein, verdammt, das war falsch rum. So, dann müssen wir kurz nochmal ein Sekündchen warten. Ausgezeichnet. So. Und jetzt. Mein Kopf, ja. Ach, es fühlt sich so gut an. Ach, wieder mit dem Kopf. Ach, wieder atmen, denken und sprechen. Und essen irgendwann, später vielleicht. So. Sollte ich es nochmal probieren? Sollte ich es nochmal probieren? Was? Was? Hallo, mein schöner. Warum bin ich jetzt? Jetzt bin ich nur ein Kopf. Okay. Nee, nee, ich will meinen Kopf. Mein Kopf, bitte. Verdammt, jetzt sitze ich da. Okay. Hey, alter Schwede ist der wieder. Der ist ja nicht so ein bisschen bewegen. Ich hab hier ein Auge. Kann ich das Auge auch? Nee. Brauchst du noch ein Auge, Junge? Nö, noch kein Auge. Alles in Ordnung? Brauchst du noch deine Augen? Da kommt noch ein Auge. Hm. Was zum Geier? Was? Ich hab einblassen Schimmel, was wir hier machen. So, hier drüben. Was kann das? Erscheinen jetzt auch irgendwelche Augen? Bald haben wir eine schöne Augensammlung. Sammlung. Hm. Gibt es denn noch ein Auge? Hier, lecker, lecker. Hm. Oh, das war ein blaues. Hm. Miss. Okay. Heiliger. Weiß ich nicht. Bitte schön. Okay. Gibt es denn noch ein Auge? Bitte schön. Zumindest so fallen sie jetzt nicht mehr raus, weil die Tentakel da wieder drin sitzt. Das ist ein Traum. Ich hab... Was zum... Was? Was? Strichmännchenkörper? Was zum Teufel? Was war das da? So, warte mal. Wir versuchen nochmal. So, das Problem war anscheinend, wir hätten drei Gliedmaßen. Die Windjell. So, warte mal. Mit Rückgrat waren es denn drei? Ich will aber gerne... Ich will gerne vier Gliedmaßen haben. Warte mal. Wir probieren es mal aus. Wir probieren es mal aus. Wir haben jetzt vier Augen gefüttert. Ah, fast richtig. Okay, gut. Wir müssen wirklich fünf... Wir müssen wirklich fünf Augen füttern. Hierbei... Ach nein, verdammt. Wir müssen ja nicht erst wieder die Tentakel zurückstecken. So, dann machen wir mal so. Rein damit. In den Körperbaukasten. So, dann mal eins, zwei, drei. Was ist eigentlich, wenn ich sechs da reinstecke? Vier. Fünf. Ich krieg... Ich krieg nicht mehr. Ah, schade. Ich hätte es gerne gesehen, hätten wir irgendwie drei Beine gehabt oder so. Oder drei Arme. Vielleicht ein Bein und vier Arme. Ist doch interessant geworden. So, raus damit. Neuer Körper. Geil. Schawump. Ah, ist wie angegossen. Oh mein Gott. Ob wir noch mal jemals in der Spiegelwelt ankommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt glücklich und bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020